Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Sandkastenabdeckungen. Das High-End-Produkt in unserem Sandkastenabdeckung-Test geht an die Sandkastenplane. Gummiseil und Schnellspaner, Material HDPE-Gewebe, Farbe Dunkelgrün. Die Planen wird umlaufend Rand verstärkt, K alle 40 cm geöst und inklusive Gummiseil geliefert. Aufgrund der Tatsache, dass die Plane wasser- und luftdurchlässig ist, wird die Schimmelbildung verhindert und die Durchlüftung gefördert. Sandkastenplanen von Kunige bieten viele Vorteile, einfaches und schnelles befestigen stabiles und langlebiges Material Luft- und wasserdurchlässig für optimale Durchlüftung. Durch die langjährige Erfahrung achten wir genau darauf, nur Artikel in bester Qualität anzubieten. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Gartenpirat Sandkastenabdeckung. Plane zur Sandkastenabdeckung für Sandkasten sechseckig. Die Abdeckung aus PE-Gewebe, Farbe Blau hat einen Gummizug zur Befestigung. Die Sandkastenplane hat eingearbeitete Ösen und eine Kordel, Gummizug zum Befestigung. Abdeckplane für sechseckigen Sandkasten. Passend für Sandkasten sechseckig mit Durchmesser 200 sowie 230 cm, Höhe K 30 cm. Sandkastenplane aus PE-Gewebe 160 g pro Meter. Farbe Blau. Mit eingearbeiteten Ösen und Gummizug zur Befestigung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Sandkastenabdeckung-Test ist die Perfizil Sandkastenabdeckung. Diese Sandkastenabdeckung ist aus wasserfestem Oxford-Stoff mit ausgezeichneter Staub- und Wasserdichtigkeit, haben keinen chemischen Geruch, kann lange verwendet werden. Die Sandkastenabdeckung schützt den Sand und das Spielzeug vor Verschmutzung gut vor Regen, Staub. Durch die Kordel inklusive Kordelzug kann man die Schutzhülle schön festziehen. Kordelzug ist entworfen, um den Sandkasten fest abzudecken. Die Abdeckhaube lässt sich gut zusammenfalten und in der Hülle verstauen. Super leicht zu reinigen und zu trocken. Einfach mit einem feuchten Tuch darüber wischen. Diese Sandkastenabdeckung ist perfekt für quadratische Deckabdeckungen geeignet und eignet sich sehr gut für Möbel im Innen- und Außenbereich. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.